FIGA ist Weltmarktführer im Bereich der metallenen Pressverbindungssysteme. Unsere Rohrleitungssysteme kann man ja in den verschiedensten Anwendungsfällen einsetzen. Im Bereich der Edelstahlpressverbindersysteme haben wir ja vor kurzem Zuwachs erhalten mit dem System Temponox, ein niedriger legierter Edelstahl, der zum Beispiel für die Anwendungsbereiche der Heizungsinstallation, aber auch für viele weitere Anwendungsbereiche sehr interessant ist. Mit dem Werkstoff Edelstahl haben wir im Baustellenalltag einfach mehr Reserven. Es kann ja zum Beispiel mal vorkommen, dass es feucht ist auf der Baustelle und hier haben wir mit dem Edelstahl eine sichere Verarbeitung. Da Temponox nicht für die Trinkwasserinstallation zugelassen ist, haben wir sichere Unterscheidungsmerkmale in dem System integriert. Unter anderem sind die Rohre mit zwei breiten braunen Streifen versehen. Die Fittings sind auch mit braunen Punkten auf der SC-Kontur gekennzeichnet. Und zusätzlich haben sie das braune durchgestrichene Zapf-Symbol, um deutlich zu kennzeichnen, dass sie nicht für die Trinkwasserinstallation zugelassen sind. Zusätzlich zu den optischen Unterscheidungsmerkmalen gibt es auch einen fühlbaren Unterschied. Und zwar haben die Fittings auf den Außenseiten vier Kerben, die auch fühlbar einen Unterschied zu den sonstigen Edelstahlsystemen machen. Das Temponox-System steht in den Dimensionen von 15 mm bis 108 mm mit einer großen Anzahl an Fittings und Verbindern zur Verfügung. Das Temponox-System beinhaltet die Verarbeitungsvorteile, die Sie aus dem bewährten FIGA-Pressverbindungssystemen kennen, unter anderem die SC-Kontur und die kalte Pressverbindungstechnik. Ein weiterer Vorteil von Temponox ist, dass Sie mit den Pressbacken aus dem bewährten FIGA-System das System verarbeiten können. Insgesamt ist Temponox eine interessante Alternative, auch preisliche Alternative für den Anwendungsfall der Rohrleitungssysteme in der Heizungsinstallation.